Hallo Freunde von meiner Whisky. Einen Ausland Whisky Phobium 5 Minutes. Patient des heutigen Abends. Ein Blätt noch. Uns haben im Frühjahr 2023 neue Releases aus der Blätt noch Distillerie gereicht und bei den älteren Geschichten die es da gibt, die Altersangaben haben, ist das immer noch aus der Zeit letztendlich, bevor die Distillerie wieder angelaufen ist. Hier haben wir, was früher der Adela war, kam dann, ich glaube irgendwie vor zwei oder vor drei Jahren, erstmalig ein 14-Jähriger raus, der nur in Oloroso-Cherry-Fässern gereift ist, aber als limitierte Batch. Das heißt also, da sind wirklich nur eine gewisse Anzahl von Flaschen. Auch hier könnt ihr sehen, hier ist nichts gefärbt, nichts kühlfiltriert, reine Oloroso-Cherry-Fass-Reifung. Nicht wie sonst in Anführungszeichen bei der Distillerie eben halt auch schon mal gerne der Fall ist, dass wir ein Finish haben, wenn es denn auch zum Teil ältere sind. Dass wir hier von so einem Geschichte reden, irgendwo als übernommen worden ist 2017, 2018, dass der damalige Head für die, ich sag jetzt mal, Lagerungsgeschichten beim Einkauf entschieden hat, dass man auch eben halt Börbenfass-Geschichten, die man hatte, umschichtet in Weinfässer oder eben halt auch Cherry-Fässer. Aber hier ist es so, dass es wirklich eine reine Oloroso-Cherry-Fass-Reifung ist. Und ja, ich gucke gerade hier, das ist ja eine Brokatepulle. Wir haben jetzt hier einen Holzkorken letztendlich Kopf drauf. Bei den noch teureren Geschichten haben wir immer noch diese extremen Brokatendinger. Ich habe jetzt hier auch wieder im Vorhinein schon mal einlaufen lassen und freue mich jetzt. Das erste Mal mit euch zusammen hier ein Oloroso-Cherry-Cask von Blatt noch gehen zu dürfen und mal sehen, ob der genauso gut ist wie die anderen, die ich letztendlich so im Kopf war, habe von denen. Schöne, feine, klare Note, ja. Ihr seht daneben hier eine Lampe leuchten, wo ich so eine Kiste mit so LEDs letztendlich umgerüstet habe. Das war ein PX aus vergangenem Jahr. Auch da habe ich noch eine, was sozusagen im Nachgang hier dran kommt, letztendlich, die nächste Verkostungsvideo für euch dann letztendlich kommt, PX auch von 23. Aber das ist bei mir so hängen geblieben. Also am Oloroso rein war ich so schon, gefühlt hätte ich jetzt gesagt, für mich irgendwie zwei Jahre schon nicht mehr dran. Ah, richtig schöne. Ich sage ja sonst immer auch schon mal, ist nicht unbedingt immer bei Oloroso da, aber ich habe jetzt hier so eine feine Kirschnote. Also so ein bisschen so eine Geschichte eben halt von so einer Pyrmont-Kirsche, wenn der ein oder andere Moncherie oder sowas kennt, so eine Kirschwassermoment irgendwo auch in der Nase. Aber weich, zart. Dann kommen auch ein bisschen holzige Noten. Aber wirklich so schwach, eher in so eine Richtung, dass man so Schokolade im Hintergrund irgendwo wahrnimmt. Ja, wie gesagt, ein trockenes Glas, dann ist auch noch eine Schwierigkeit, dass manchmal gar nicht so aufgeht. Vielleicht muss ich doch einfach mal ein Viertelstunden haben wir jetzt hier Zeit. Ich mache jetzt nicht viel. Ich mache nur mal einen Tropfen rein. Zwei Tropfen Wasser. Einfach, um dem die Chance zu geben. Jetzt kommen so ein bisschen so Mandelnoten auch zum Vorschein. Schön. Also macht schon was aus. Einfach nur mal einen Tropfen. Hier habe ich jetzt Alkoholgehalt hat der 46,7. Ist doch richtig, weil ich da sage, ne? Man hat mittlerweile bei den neuen auch schon mal Andauer. 46,7. Ja, das ist richtig. Das ist für die eingestellte Geschichte letztendlich gewesen. Da will man dran. Fronji. Da kommt so eine Veränderung. Wirklich im Mund. Der ist am Anfang ein bisschen kühl, nicht beeißend. Frische Noten. Ich brauche jetzt mal mehr. Ah, toll. Wo ich vorhin gesagt habe, ich habe den Tropfen Wasser reingetan, um so ein bisschen eben halt nicht nur so diese hellen Kirschwasserfruchtnoten zu haben. Ein bisschen Schokolade war immer da. Jetzt hat man diese Mandelnoten und das ist das, was echt so umschwingt. Man hat wirklich so schön, erinnert so ein bisschen auch an Marzipan, was ich jetzt so im Mund habe. So, also richtig toller Switch. Wärmend, mundfüllend jetzt noch mehr, was man so beim Eisspeicheln gar nicht so das Gefühl hatte. Das heißt, am Anfang, na, ich habe es irgendwo überall, bis dann irgendwo so eine, die Engländer sagen wir mal so eine Transition, also eine Veränderung stattgefunden hat. Also auf eine nächste Ebene, wo dann auch Druck sich aufbaut. Schön und ich rede jetzt hier mit euch. Es wird immer noch wärmender, schokoladige, nussige Noten sind das. Teilweise aber eben halt auch Mandelnoten, so ein bisschen. Ich habe sonst immer auch mit Mandeln irgendwie so ein bisschen so etwas Bitteres. Das ist jetzt hier gar nicht. Würde ich gerne reinreden, ist nicht. Ja, ich habe den, glaube ich, den letzten Jahr, 2020, muss ich gucken, also ist für mich jetzt nicht mehr präsent in Erinnerung. Richtig schön auch. Also ich habe so den ein oder anderen 14-Jährigen schon mal anders nicht so toll in Erinnerung gehabt. Der gefällt mir jetzt richtig, richtig gut. Da macht man auch einfach dran riechen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich ihn einsetze, ob der in einem Open Bot liegen Platz findet. Aber kostentechnisch habe ich da jetzt auch nicht so viele, in Anführungszeichen, weil die liegen über 100 Euro. Ich glaube, der ist jetzt, im letzten Jahr war, glaube ich, noch bei mir 107,50 Euro. Da sind noch welche von da. Und ich glaube, der ist jetzt in 5 Euro teurer, ich glaube, der ist bei 112. Aber da nagelt mich jetzt nicht fest. Ich meine, das ist so in dem Bereich. Schön. Kommt vorbei. Fragt nach. Ja, ich denke, ich werde ein kleines Sample abfüllen, dass man gegebenenfalls auch mal sich eine Meinung davon bilden kann. Selbst wenn ich den im Tasting einsetze, will ich das vielleicht im Sommer hin sein oder so. Vielleicht ist das auch einer, den ich auf so einer Messegeschichte noch im Mai offen habe oder hatte. Für euch, je nachdem, wo das Video kommt, das kann ich gar nicht mal sagen. Ich denke mal, das wird eher Richtung Sommer da sein. Schauen wir mal. Also von den vorherigen habe ich eben halt auch was offen. Und ja, freue mich jetzt darauf, für euch dann in der kommenden Woche ein nächstes Tasting Video zu drehen. Auf einem Samstag im Weinhandel, wenn es Spaß gemacht hat. Daumen hoch. Slonjihoi an. Ich glaube, mateix noch mal.